Hallo, ich grüße euch. Ich bin heute mal unterwegs im Stadtpark in Sondershausen. So, ich hoffe, ihr habt alle Silvester und Weihnachten bzw. Weihnachten und Silvestern gut erlebt. Und seid alle gut mit uns. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Das war's. Das war's. Das war's. So, das war mein Klammer. Das war mein Klammer-Rundgang durch den Stadtpark und durch die Stadt. Jetzt bin ich übers Schloss gelaufen. Und jetzt geht's in Richtung Heimat. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich muss ja gucken, dass ich nicht die Stufen runterkullere. Tschüss.